Hallöchen, ihr wunderbaren Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier mit ARK THE ISLAND. Ich grüße euch, hallöchen. Leute, ich möchte mal kurz Danke sagen für euren fetten Support, den ich bei den letzten Folgen bekommen habe. Immer gerne weiter so. Aber Leute, was wollen wir heute machen? In der letzten Folge haben wir gesehen, dass unser Gewächshaus richtig cool funktioniert. Das heißt, wir haben die Beta aufgestellt, da wachsen jetzt schon die Sachen. Aber es dauert leider einen kleinen Augenblick, beziehungsweise es wird leider noch ein bisschen dauern, bis wir so viel Ertrag haben, dass wir endlich den Gemüsekuren machen können. Deswegen müssen wir erstmal andere Sachen machen. Deswegen hier heute in der Folge der Dodo 10 Marathon. Das bedeutet im Endeffekt, ich werde jetzt heute hergehen und werde mir ganz viele Dodos holen, weil ich brauche nämlich die Dodo-Eier, weil die kommen nämlich dann hier draußen in die Dino Storage rein, ja, in das Sol Terminal, weil da werden nämlich dann ganz, 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 ganz viele Dodo-Eier nämlich dann hergestellt. Die brauche ich nämlich dann später für Kippel. Aha, so, und zwar, ich werde mir nämlich jetzt erstmal einen Schlegel basteln. Moment, hatte ich den schon freigeschaltet? Ich hoffe, dass ich den schon freigeschaltet hatte. Da, Holzknüppel, habe ich schon freigeschaltet. Sehr schön, weil wir müssen nämlich dann die Dodos nämlich ins Koma prügeln. So, gehen wir hier erstmal zu Waffen. Primitiv, Nahkampf. So, da haben wir den Schlegel. Würde ich gleich mal so fünf Stück, würde ich gleich mal herstellen. So, dann habe ich nämlich die schon mal. Und dann werden nämlich die Dodos nämlich ins Koma geprügelt. Muss ich auf jeden Fall gucken. Ich brauche dann auf jeden Fall auch noch ein paar Mechu-Berries. Das wäre nämlich auch noch wichtig. Mhm. Hatte ich mir eigentlich schon einen Kühlschrank gebaut? Ich weiß gar nicht, ob ich mir schon einen Kühlschrank gemacht hatte. Warte mal, dann müssen wir mal kurz gucken gehen, ob ich schon einen Kühlschrank habe. Ich habe nämlich das schon wieder vergessen von der letzten Folge her. Kühlschrank hatten wir noch nicht gehabt. Nö, ich muss mir auf jeden Fall noch einen Kühlschrank bauen. Okay, kein Problem. Wird gemacht. Aber noch nicht jetzt. Noch nicht jetzt. Das machen wir alles noch. Weil jetzt, wie gesagt, ist es erstmal an der Zeit, sich ein paar Dodos beizuprügeln. Und das heißt, ich gehe nämlich jetzt hierher. Ich lege das mal hier unten auf die fünf. Ich habe hier noch die ganzen Samen vom letzten Mal einstecken. Moment. Die muss ich mal rausschmeißen. So, weil die werden nämlich jetzt erstmal nicht mehr benötigt. Das kann hier alles raus. Ah, ich habe aber noch viel Gammelfleisch dabei. Warte mal. Gammelfleisch, Gammelfleisch. So, okay. Wo mache ich das rein? Hm? In welchen machen wir das rein? Das machen wir mal hier in den hier rein. So, okay. Gammelfleisch hier rein. Dankeschön. Läuft. So, okay. Sehr schön. Ähm, jetzt brauche ich noch Mechubarry. Ja, ich sollte hier eigentlich normalerweise noch Mechubarrys drin haben. Äh, theoretisch. Ja. Ah, ganz viele. Aber ich brauche nicht alle. Ich brauche nicht alle. So. Zack. Und zack. So. Das sollte auf jeden Fall ausreichen. So. Und dann geht es nämlich ab an den Strand. Und dann werden jetzt Dodos gezähmt. Tada. Sehr schön. Ähm. Ich habe eben schon einen gehört. Da ist schon ein Dodo. Da. Weil, äh, ganz ehrlich, Leute. Das Level ist diesmal scheißegal. Das Level spielt keine Rolle. So. Wir brauchen auf jeden Fall, brauchen wir nur die Dodos. Oh, den habe ich getötet. Das war schlecht. Das war jetzt ganz schlecht. Hahaha. Äh, ich sollte doch den Knüppel nehmen. Ich, ich nehme beim nächsten Mal den Knüppel. Versprochen. Tut mir leid. Tut mir leid, Dodo. War keine Absicht. Hahaha. Da ist der nächste Dodo. Dann probiere ich was mit dem, ne? So. Pack mal auf. Okay. Und. Knüppel. Na. Willst du wo? Gehst du jetzt schlafen? Hm? Na. Komm schon. Komm schon. Es sieht zwar brutal aus, Leute. Ja, aber, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, Mr. Dodo gefällt das. Ja. Weil, ähm, äh, kein weiterer Kommentar dazu. Hahaha. So. Okay. Und er liegt. Warte mal. Wie viel willst du jetzt haben? Du willst insgesamt drei Stück haben. Okay. Eins, zwei, drei. So. Alles klar. Dann wünsche ich einen guten Hunger. Ja. So. Er ist auch schon am Fressen. Da, 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 da. Coole Sache. Ah, da fällt mir gerade ein, ich bräuchte ja noch ein paar von den Kugeln. Ach. Kugeln habe ich genug. Alles klar. Sehr schön. Okay. Dann können wir die nämlich schon mal in die Hand nehmen. Ja. Weil, wenn er mich gleich gefuttert hat, dann geht es gleich zum nächsten Dodo. So. Pass mal auf. Hier. Zack. Rein mit dir. Dankeschön. Seht ihr, Leute? So schnell geht das. So schnell geht das. So. Okay. Ab an den Strand. Ich habe nochmal hier oben geguckt. Vielleicht ist hier oben ja auch noch ein Dodo. Ha? Man weiß es ja nicht. Aber da ist ein Techie. Ein Techie, Techie, Techie. Dich kann nicht gebrauchen. So. Okay. Ha! Agentar ist es aufgestiegen. Sehr schön. Ach, es läuft doch. Hier. Gleich mal direkt hier auf, äh, Dings drauf. Geschwindigkeit. So. Okay. Was haben wir hier Schönes? Ha? Laufen hier irgendwo ein paar Dodos rum. Auf der anderen Seite habe ich eben gerade schon gesehen. Hier sind auch welche. Warte mal. Was bist du für ein Dodo? Du bist ein 32er. Du solltest normalerweise eigentlich ganz schnell betäubt sein. Ne? So. Pass mal auf. Komm mal her. Ey. Nicht abhauen. So. Du möchtest insgesamt eine Mechibarry haben. Du bist aber Spaß und Verbrauch, du. Haha. So. Okay. Dann kann ich ja auch schon gleich hier. Oh. Er ist fertig. Sehr schön. So. Hör mal auf. Hier. Ey. Das hier. Hallo. So. Dankeschön. Flop. Dodo Nummer zwei. Yay. Okay. Leute. Ich ziehe das mal kurz durch, bis ich ein paar Dodos zusammen habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt habe ich mir ein paar Dodos zusammengeholt, die eigentlich erstmal ausreichen sollten. Ich habe jetzt hier insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Dodos. Für den Anfang reicht das erstmal. Ich kann mir ja später im Laufe der Zeit noch weitere Dodos dazu holen. Das coole ist nämlich, wir gehen jetzt nach Hause und dann gehen wir nämlich an das Soul-Terminal. Ja. Und dann werden wir nämlich sehen, dass wir nämlich ganz schnell. Entschuldigung, der Hals heute. Dann werden wir nämlich sehen, dass wir das einstellen, damit wir ganz schnell Dodoeier zusammenbekommen. Und dass wir nämlich dann daraus nämlich Kippelpaste machen können. Weil ich habe nämlich hier die RR Home Dego in Mord drauf. Da gibt es nämlich den Kippelkocher. Den Kippelkocher. Und dann kannst du nämlich Kippelpaste machen. So, und dann kannst du nämlich aus der Kippelpaste alle möglichen Sachen herstellen. Das ist richtig cool, das Teil. Das gefällt mir richtig gut. So, das bedeutet, wir gehen nämlich jetzt hier schnell her. Da an das Soul-Terminal. Ja, pass mal auf. Hier. So. Zack. Zack. Sehr schön. Okay. Ähm. Nehmen wir das hier, oder? Wir nehmen das hier. Das ist in Ordnung. So. Okay. Einmal hier. Zack. 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 Habe ich schon mal ein paar Dodos drin. Wie gesagt, später werden noch weitere dazukommen. So, und dann gehen wir jetzt hier auf Options. Automatione. So, und dann gehen wir hier auf Passive Generation. Miss Poop Generation. Ähm. Poop Generation? Ne. Das ist, glaube ich, nur Passive Generation und Miss Poop Generation. Mehr war es nicht. Bei Poop Generation ist was anderes. So. Alles klärchen. Und diese Dodos werden mir nämlich jetzt hier im Soul-Terminal nämlich ganz, ganz viele Dodo-Eier herstellen. Haha. So, und sobald ich mich dann soweit bin, ja, heute wieder kleiner Sprachfehler, Entschuldigung, deswegen, ja, es tut mir leid, kann ich mich dann hergehen, kann mir den Kippelkocher machen, ja. Und dann kann ich mich dann sehen, dass ich nämlich dann mir das Kippel herstelle, was ich brauche. Und dann Schnecke, 10 Gemüsekuchen. Wisst ihr Bescheid. So, wie sieht's denn hier aus? Ah, hier, guck mal, da kommt schon ordentlich was zusammen, Leute. Juhu. Okay. Was sagt denn die Farmbox? Hatte ich die Farmbox eigentlich schon aufgestellt? Hatte ich die Farmbox schon aufgestellt? Ich weiß nicht, ob ich die Farmbox schon aufgestellt hatte. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Hat mir nicht irgendwas gesagt wegen Farmbox? Ah, hier, Farmbox. Natürlich, da ist sie doch. Okay. Warte mal. Ähm, Z-Range, 10.000. So, okay. Ähm, ähm, das war doch die hier gewesen. RR Gartenbox. Okay, alles klar, warte mal. Hier, Show-Range. Das müsste doch bis hin das Gartenhaus gehen, oder? Das müsste doch bis dahin gehen. Warte mal, ich guck mal ganz schnell. Ja, das geht weit drüber hinaus, Leute. Hier, guck mal. Das geht, das geht sogar bis hin an den Grabstein. Haha, haha, Leute, das läuft auf jeden Fall. So. Ich hoffe mal, das war die richtige gewesen. Ich hoffe, das war jetzt die richtige Box. War das die Gartenbox, oder war das hier? Äh, ja, das ist die Gartenbox. Okay, warte mal, wie sieht es hier drinnen aus? Ha, natürlich, hier, Leute. Ha, läuft. Das Ding läuft hier einwandfrei. Sehr schön. Okay, dann kann es ja gar nicht so lange dauern, bis wir da Sachen zusammen haben. Hö, hö. Okay, was wäre denn der nächste Schritt? Warte mal. Also, ich kriege ja jetzt hier die Dodo-Eier. Ja, das dauert erst mal einen Moment. Aber wie würde es jetzt aussehen mit Gemüsekuchen? Warte mal, was brauche ich denn noch dann für den Gemüsekuchen? Gemüsekuchen. Okay. Stimulantchen, kein Problem. Honig, Leute. Honig kriege ich ja auch mittlerweile. Ich habe ja den Bienenstock. So, Harz. Okay, warte mal. Können wir mal gucken, wie gut der Harzsammler arbeitet. Ich habe mir doch den Harzsammler aufgestellt. Oh, jetzt habe ich hier vergessen, die Range auszumachen. Das sieht doch scheiße aus. Egal, wir gehen mal schnell rüber. Weil, wie gesagt, ich habe hier drüben, habe ich hier die Plattform dran gemacht. Ja, und da sind ja die Harzsammler dran. Können wir mal gucken, wie viel er bis jetzt produziert hat. Hm, 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 hm. Dann haben wir nämlich schon mal ein bisschen was auf Tasche. So, pass mal auf. Hier. Einmal rundherum. So, wie sieht es aus? Uh, okay. Yay, Leute, da gibt es schon ordentlich was, du. Das ist ja schon mal nice. Coole Sache. Coole Sache, coole Sache. So, okay. Dü, 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 dü. So, das waren, glaube ich, alle gewesen, ne? Den hier hatte ich schon. Okay, alles klar. Leute, aber hier, guck mal, kriegen wir ordentlich Harzsammler jetzt. Hi, hi. Geil, richtig geil. Guck mal, wie groß, guck mal, wie fett diese Kuppel ist. Ja? Holy moly. Okay, aber wie gesagt, das muss ich mir ausmachen, weil sonst siehst du die ganze Zeit dieses beschissene Ding hier. Hm, das können wir so nicht lassen, Leute. So, alles Klärchen. Das heißt, ich kann jetzt hierher gehen, dann schmeiße ich nämlich hier das Harz schon mal in den Herd rein. Ja, dann habe ich nämlich hier das schon mal drin. Dann habe ich nämlich schon mal keine Schmerzen mehr damit. So, okay. Dann machen wir hier wieder Height Range. Dann wird das nämlich nicht mehr angezeigt. Dann sieht es wieder ein bisschen ordentlicher aus. Haha. Okay. Was steht denn noch auf der Liste? Konsumgüter, Gemüse. So, zack, okay. Mais habe ich mittlerweile, Kartoffeln habe ich, Karotte habe ich, Honig gucken wir gleich mal. Umfasern sollten auch kein Problem haben. Also, Leute, das läuft auf jeden Fall schon mal. So, gucken wir mal schnell nach Honig. Honig! Weil es ist ja nicht noch so, dass mir hier der Bienenstock nämlich nicht hier nur alles bewässert, ja, sondern wir kriegen auch Honig raus. Hm, sehr schön. Sehr schön. Dankeschön, Dankeschön. So. Dauert halt immer ein bisschen, bis ein bisschen Honig zusammenkommt. Ist aber egal. Ist egal. Wir haben Zeit, Leute. Wir haben definitiv Zeit. Ähm, so. Honig darüber. Dankeschön. So, und dann könnte ich doch eigentlich schon hergehen und könnte hier, warte mal, hergestellt. Nee. Da. Gemüse. So, was brauchst du? Du willst vier, äh, nee, du willst zweimal. Das heißt, ich könnte jetzt hergehen und könnte eigentlich dann 15 Mal Gemüsekuchen machen. Warte mal. Gucken wir mal. Hö, hö, hö. Leute, Gemüsekuchen. Yay. Läuft. Läuft. Ha, herrlich. Ich sollte aber mal gucken, ob ich jetzt einen Kühlschrank hinbekomme. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Refrigator. Nee, kriege ich noch nicht hin. Leider. Ja. Leider, leider, leider. Weil, äh, dafür fehlen mir noch ein paar Punktchen. Okay, dann müssen wir uns da auf jeden Fall ranhalten, damit mir das nicht kaputt geht, ja, und dann müssen wir uns mich ganz schnell Schnecken besorgen. Okay, dann holen wir uns heute auf jeden Fall noch Schnecken. Dann haben wir heute Dodos geholt und heute Schnecken geholt. Ha, das läuft doch. Erstmal ein kleiner Hinweis am Rande. Jetzt ist gerade ein Tag Aufnahmepause dazwischen gewesen, weil ich dringend was anderes zu tun hatte. Aber ist egal, ist egal. Es geht genau an der Stelle weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar habe ich es jetzt schon mal geschafft gehabt, hier, ähm, schon mal ein paar Gemüsekuchen vorzuarbeiten, mhm, weil jetzt läuft hier nämlich die Sache. Ich habe nämlich jetzt einfach mal hier so eine Dedicated-Box, mich einfach mal hingestellt, ja. So, und, ähm, ja, läuft. Es läuft, es läuft, es läuft. Also Gewächshaus läuft auf jeden Fall richtig gut, momentan, ja. Ich kann mittlerweile den süßen Gemüsekuchen machen, das läuft auch. Ich würde mir zwar wünschen, dass ich noch ein bisschen mehr Honig kriege, aber das ist jetzt auch keine Tragödie. Mhm, okay, Leute, aber jetzt geht es erstmal weiter im Text. Weil jetzt tatsächlich würde ich nämlich hergehen und würde mir nämlich alles vorbereiten, damit ich nämlich jetzt noch, ähm, Schnecken bekomme. Ja, weil ich habe das für mich jetzt hier mal so schon eingerichtet, mir an der Seite. Ja, die Sohl-Terminals sind natürlich... Knoten in der Zunge. Kommt gut, ne? Ähm, hier ist das eine Terminal. Da sind die Dodo-Eier nämlich dann. Ja, hier bekomme ich dann Dodo-Eier. Das dauert halt am Anfang ein bisschen. Aber es, es wird werden, Leute. Es wird werden. Ich bräuchte halt noch viel, viel mehr weibliche Dodos, ja. Ich hab zu viel wendliche Dodos, ja, und zu wenig weibliche. Müssten noch mehr weibliche rein. So, und dann hab ich hier nämlich schon vorbereitet, hier für Schnecken. Die stellen nämlich dann hier drin her, Zement und Polymer. Das wird lustig. So, okay. Das heißt, ich mach mir nämlich noch ein paar Betäubungs-Starts, weil nämlich die Schnecke, also die Aratina, ist nämlich ein aktiver Theme. Das heißt, die müssen betäubt werden. Ha, das wird ein Spaß, tata. Äh, so, das heißt, ich brauch hier nochmal auf jeden Fall, hier ist noch Narkosemittel drin, das ist sehr schön. Hier hab ich mir jetzt nochmal ein bisschen Schießpulver vorbereitet. Wär halt schön, wenn ich jetzt für mal, mir irgendwann mal, ähm, die Chemiewerkbank machen würde, weil die Chemiewerkbank ist nämlich wichtig. Da geht das alles noch einen Zacken schneller. So, okay, das hab ich jetzt hier drin. Okay, warte mal, Waffen, äh, Munition, dieses da, jeniges welches. Ähm, ich guck mal, ich guck mal, wie viele ich machen könnte. Ich versuch's mal hier mit 50. Oh, das geht. Oh, das werden 100 Schuss, Leute. Das werden 100 Schuss. Oh, wir werden ganz viele Schnecken kriegen. Also ich werd das dann wieder so machen, ich kürz natürlich die Sachen ab. Das heißt, die erste Schnecke zählen wir zusammen und die nächsten mach ich dann ganz schnell mal offscreen, weil, Leute, wir wollen ja nicht, ähm, äh, 20 Mal dasselbe sehen, ne? Das wär, das wär schlecht, das wär ganz schlecht. Aber ich mach mir jetzt erstmal hier schnell die Betäubung fertig. Nur mal so am Rande, mir wurde auch mal in die Kommentare jetzt reingeschrieben, ähm, dass es einigen Leuten sehr gut gefällt, aber sie würden sich noch mehr freuen, wenn ich so zwischenzeitlich mal so ein bisschen den Erklärbär machen würde. Haha. Äh, deswegen, ich werd nämlich jetzt immer mal so kleine Erklärungen mit einfließen lassen, das ist nämlich überhaupt kein Problem. Ähm, nur mal so als kleiner Hinweis, wenn ihr eine Patrone herstellt, ja, bekommt ihr zwei raus. Nur mal so ganz nebenbei. Das heißt, ich hab nämlich jetzt 50 gestartet und bekomm nämlich dabei 100 Patronen raus. Nur mal so ganz nebenbei. Meine Betäubung hab ich jetzt fertig. Ich hab jetzt insgesamt 108 Schuss, also eigentlich 109, weil ein Schuss ist noch in der Flinte drin. Damit sollten wir jetzt auf jeden Fall erstmal klarkommen. Hm, hm. So, okay. Was ich aber jetzt machen werde, und zwar, wir machen jetzt folgendes. Den Gemüsekuchen lass ich jetzt erstmal hier. Ganz einfach aus dem Grund, ähm, der Gemüsekuchen, solange er in meiner Dedicated Storchbox ist, hält er nämlich länger. So, und das heißt, wir können nämlich jetzt losziehen und dann holen wir nämlich schon mal hier eine Achatina. Die gibt es nämlich hier zu Haufen, nämlich in der Nähe von Redwood, ja. Das heißt, wir können nämlich jetzt hierher gehen und können nämlich dann schauen. Haben wir da schon eine? Ist das eine? Ist das eine? Achatina 320, natürlich. Die holen wir uns jetzt. Pass mal auf. Ey, Schlange! Lassi! Ich glaub, dir geht's so gut. Lass die arme, äh, lass doch mal die arme Schnecke in Ruhe. So, weil ich mach nämlich folgendes. Ich krall mir nämlich hier die, ähm, Schnecke und bring sie in meine Base-Location. Da kann ich sie nämlich ganz sicher und ohne Probleme nämlich zähmen. Aha! So, dann kann ich nämlich jetzt hergehen. Werde sie nämlich gleich hier nämlich dann wieder runterlassen. Ja, dann wird sie entspannt betäubt, weil hier ist nämlich jetzt gerade nichts, was mir irgendwie gefährlich werden könnte. Ja, hier ist nämlich alles frei. Das heißt, ich kann sie nämlich hier mit dem Agentar bis wieder absetzen. Zack! Sehr schön, seht ihr? Ja, und dann haben wir nämlich hier keine Schmerzen. Aha! Das ist cool. Guck mal, die hat sogar schon vor Betäubung. Die hat sogar schon vor Betäubung. Yay! Okay, alles klar. Pass mal auf und flupp. Ha! Herrlich! So, guck mal, die tickert sogar noch nach. Uh, und wie sie nachtickert du. Yes! So, und damit ist sie jetzt betäubt. Sie hätte nämlich jetzt gerne zweimal süßer Gemüsekuchen. Jetzt kann ich sie nämlich ganz frisch nämlich hier oben auf meiner Dedicated-Box rausnehmen. Aha! So, guck mal hier. Da. Nehmen wir jetzt einfach nämlich zwei Stück mit. Haha! So, ganz frische Gemüsekuchen. Richtig cool. So, pass mal auf. So, dann kann ich das nämlich jetzt in ihr Inventar reinschmeißen. Zack! So, und sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch warten, bis er, ähm, gezähmt ist. Und damit gehört Schnecki uns. Dankeschön! Sehr schön! Okay, Leute, jetzt kann ich hergehen. Jetzt nehme ich mir hier so eine Soul. So, da kommt sie nämlich jetzt hier rein. Zack! Sehr schön. Okay, und jetzt kann ich sie nämlich hier reinschmeißen. Hö, hö! Schnecke Nummer eins, die in meinem Soul-Terminal drin ist. Cool. Da brauchen wir uns nur noch einstellen. Pass mal auf. Hier, Options, Automation. So, okay. Wo war das jetzt gewesen? Das war Passive Generation und das war Misk-Poop Generation. Diese beiden sind das nämlich. Haha! Glaube ich zumindest, dass es das war. Ähm, ja. Die beiden waren das. Sehr schön. Ha! Seht ihr, Leute? So, und jetzt wird nämlich das hier nämlich dann automatisch nämlich dann produziert. Wie sieht's hier aus? Immer noch keine Eier drin. Oh! Warte mal, was waren das hier gewesen? Warte mal, Options. Habe ich das richtig eingestellt? Habe ich das richtig hier eingestellt? Automation? Ah, nein! Nein! Unfatilized Egg Generation. Das habe ich vergessen. Das habe ich vergessen. Das hätte ich noch anmachen müssen. So, jetzt werden nämlich Eier hergestellt. Jetzt kommen nämlich dann Eier. Okay, alles klar. Unfatilized Egg Generation. Also, unbefruchtete Eier. Ah, okay. Leute, ich zähle jetzt mal los. Ich hole mir jetzt noch ein paar Schnecken. Ja. Und dann machen wir das hier ganz entspannt. Fertig. Und was ich dann auch noch denken muss, ich sollte mir wirklich noch ein paar weibliche Dodos besorgen. Ganz wichtig. Weil umso mehr weibliche Dodos, umso mehr Eier bekomme ich mich dann. Die Eier werden nämlich später extrem wichtig werden. Ha! Ich werde euch nämlich dann mal zeigen. Wenn ich soweit bin, zeige ich euch nämlich dann wirklich, warum. Jetzt habe ich einige Schnecken zusammen bekommen. Yay! Da sind auch ein paar schöne Farben dabei. Bringt mir aber nichts. Ja. Weil die kommen sowieso alle hier rein. Und wie man nämlich jetzt schon sehen kann, schaut mal hier. Hier, es wird schon Achatina-Paste hergestellt. Also Zementersatz. Ja. Und sogar organisches Polymer. Richtig geil. Finde ich richtig nice. So. Jetzt habe ich nämlich hier ein paar Schnecken drin. Die können jetzt in Ruhe produzieren. Ja. Und hier drüben die Dodos, die machen sogar schon Eier. Hier. Guck da. Aber wie gesagt, ich brauche noch mehr weibliche. Ha! Ja. Ich gehe mal gucken, ob ich noch weibliche Dodos finde. Jetzt habe ich noch mal zwei Dodos auf Tasche. Ich habe mir noch zwei geholt. Ich habe noch mal zwei weibliche gefunden. Bereits am Strand etwas seltsam gewesen. Zehn Dodos. Zehn Dodos. Acht männlich, zwei weiblich. Oh, 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 oh. Okay. Aber diese Dodos, die kann ich nämlich jetzt auch nämlich in meine Soul reinpacken. Ja. Das läuft dann. So. Sehe ich das gerade richtig? Hier ist ein frischer Tericino. 288. Den will ich aber nicht. Den will ich aber nicht. Du kannst verschwinden, mein Kollege. Du kannst abhauen. Ja, ja. Ist in Ordnung. Komm her. Komm her. Ja, ja. Ist doch in Ordnung. Komm. Zier dich nicht. Zier dich nicht. So. Alles klärchen. Sehr schön. Okidoki. So. Warte mal. Habe ich jetzt übrigens die Tericino Krallen bekommen? Habe ich die bekommen? Natürlich. Natürlich. Sehr schön. Okay. Oh. Und ich habe ein neues Level gekriegt. Yes. Das schmeckt. Leute. Das schmeckt. So. Okay. Dann mache ich jetzt mal wieder auf Leben. Leben kommt gut. Leben kommt immer gut. So. Okay. Dann packe ich noch die zwei Weibchen Dodos hier rein. So. Habe ich nämlich hier. Zack. Zack. Sehr schön. Dann gibt es nämlich noch mehr Eierchen. Mehr Eierchen. Ich werde es sowieso dann hier jetzt in Zukunft so machen, dass ich immer mal hergehe und immer mal ein paar Tierchen zwischenzeitlich zählen. Das heißt hier zum Beispiel so wie Schnecken und hier wie Dodos. Das ist immer schnell mal so zwischendurch gemacht. Haha. Sehr schön. Läuft. Habe ich jetzt eigentlich noch Kristall gehabt? Hatte ich hier noch Kristall drinne? Hallo. Natürlich hatte ich hier noch Kristall drinne. Haha. Okay. Dann kann ich nämlich hier jetzt mal Folgendes machen. Ich kann mir nämlich noch ein paar Souls herstellen. So. Pass mal auf. Ähm. Herstellung. Dino Storage Souls. Da bräuchte ich mich mal welche. Zack. Dankeschön. So. Die lasse ich mal schnell durchlaufen. Und dann habe ich hier genügend Vorrat auftauschen. Ich meine 200. Die reichen erst mal. Oder? Haha. Sehr schön. Okay. Dann habe ich die jetzt auch. Okay. Was könnte ich jetzt noch als nächstes tun? Gibt es noch irgendwas, was ich jetzt in der Folge tun könnte? Eigentlich nicht. Ich würde sagen, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Weil ich habe nämlich da so ein bestimmtes Ziel, was ich nämlich verfolge. Und zwar, ich würde mir gerne jetzt mal ausreichen, nämlich Ruhstoffe besorgen, damit ich mal so langsam mein Lagersystem aufbauen kann. Das wäre nämlich dann wichtig. Hehe. So. Ah, und was ich auch noch bräuchte. Mir fällt da gerade was ein, Leute. Mir fällt da gerade was ein. Ich hatte doch schon, ich hatte doch schon hier einen wunderbaren Baryonyx gehabt. Baryonetta. Ha, okay. Leute, vielleicht kriegen wir es jetzt in der kommenden Folge hin, dass wir vielleicht mal ein Tauchgerät bekommen. Dann könnten wir nämlich mal unter Wasser gehen und könnten mal schwarze Perle färmen. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Haha. Okay, alles klar. Dann haben wir doch mal schon mal einen Kurs für die nächste Folge. Oder? Was bist du? Dodo, männlich. Nö, männliche Dodos habe ich genug. So, Leute. Jetzt seht ihr auf jeden Fall hier an der Seite nochmal zwei weitere Videos plus eine Playlist und die Verlinkung zu meinem Let's Play Channel, wo ich jeden Abend um 20.30 Uhr live bin. Also schaut doch mal gerne vorbei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und Leute, jetzt wünsche ich euch einen traumhaften Tag. Lasst es euch gut gehen. Bleibt mir auf jeden Fall gesund und wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschau, tschüss.